Lucky Prince zurückgefallen auf Platz 5. Kommen wir zu den Goldstraße 15, 16 Jahre. Mit der Elfführer in die Schäfers, auf Platz 1, auf Platz 260. Son von Oss, Lenn von Oss auf 2. Wir sind da jetzt noch auf der dritten Position, das ist die 2.11. Steffi Kärs, Steffi Kärs auf der dritten Position. Kommen wir aber auf die Zieler, die Manuel auf der 1, die Elf und die Schäfer.